in der Anmodze ungefähr. Ist auch vorbei. Gut. Ah, Mann. Let's schneid ich es auch aus. Ich weiß es noch nicht. Also, wenn jetzt hier links... Aber ich meine... Wenn das dann mal auf YouTube kommen soll, würde. Was eigentlich ein Live-Desplay sein sollte, dass es dahin kommt. Das kann auch sein, dass ich es drüben lasse, keine Ahnung. Aber ja. Aber nochmal zu... Zurechtschreiben und Co. Ist ja schön, dass es viele können und tralala. Aber mach doch nicht die Jugend, die es nicht können. Was soll der Scheiß? Ach, naja. So. Da hab ich kein Verständnis für. Warum man auf Leuten rumhaken, weil sie was nicht können. So, Karte Lemurias. Die Karte von Lemurias steht jetzt zur Verfügung. Mit ihrer Hilfe kann man schnell zu bereits besuchten Orten zurückkehren. Öffne das Pausenmenü und darauf zuzugreifen. Okay, das heißt, wir sind jetzt quasi in einem anderen Gebiet etc. und das andere. Und das andere haben wir jetzt vorwärts oder rückwärts gestreift. Und ja, das ist schön. Wir können ja erstmal hier rumfliegen, ne? Kann man auf dem Baum landen, ne? Komischerweise. Nicht? Ach, dann fliegen wir schon, glaube ich. Da unten sind Dornen, das sind Stacheln. Die mag ich überhaupt nicht. Ach, da oben muss ich auch achten. Scheibe, hier sind die Waldornen. Jetzt müssen wir mal wirklich ein bisschen... Sind das die auch Dornen? Moment. Ne, wir können dran vorbeilaufen. Da muss man echt aufpassen, ne? Wäääh! Ein Krabbelfiech! Da! Seht ihr aus? Ein Krabbelfiech! Guten Morgen. Kann ich die nicht eigentlich irgendwie gelästert oder sagen? Angriff? Das wäre ja gar nicht so schlecht, ne? Ja gut, sie ist ja mehr Magie. Magie, meine Gute. So, wir sind zuerst hier noch mal ein Spiel. Ja gut, das war mal... Betäubt! Egal, ich hab die Spiele betäubt. Ja, leck mich! Oh, jetzt wird das Spiel bestimmt richtig nice. Warum bist du hier nicht mal betäubt? Warum bist du hier nicht mal betäubt? Okay, mal betäubt. Alter, 64. 64. Weiß ich nicht. Das ist doch nicht mal warm. Aktion abgeschlossen! Da kann man gar nicht gut bleiben. So, erstmal ein bisschen Dampf. Oh Gott. Das ist schön. Jetzt ist noch ein bisschen Hochwasser. Da wird stark und so hier, ne? Zaubertrag. Ah, links ist das Dorf der... Ja, keine Ahnung. Und da ist rechts alte Mata... Na, das ist ja noch so ein Spiel, ne? Ja, das ist ja noch so ein Spiel, ne? Wiemals? Du... Geht's mich auch auf. Moin! Okay, nur zwei Spiele. Na, wir haben. Na, wir haben eine Bumbo, oder? Wir haben eine Bumbo. Und das war also meine Güte, das ging doch mal schnell hier, oder? Ungeschleppener Saphir. Ach, ist das schön. So, lass den haben wir schon mal. Tschö. So, jetzt. Du musst kalt drin denken, das scheint nicht zu sein. ja eigentlich alter das ist das scheinen die eigentlich um die überraschungs schlag an Okay, dann sind wir auch nicht. Oh Gott, der Schichtschirm natürlich. ja gut ich wollte eigentlich nur von seiner aktion aber aber dass das ein instant auch schon auch 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 Ah, fünftetig ist okay. Wow, glänzt. Jum, die war es ist schon krass. mit dir sehr schön boah ist ja schon äh 18,27 Ich denke immer so irgendwie, hm, das kommt gar nicht nur so viel zu, oder? Oh, hier sind gleich zwei Kisten noch große Flutter. Ah, das mag zweimal. Und ein Anti-Dude. Oh, Anti-Dude war doch für irgendwas gut. Die Gegend war Giftung, oder? Kann das sein? Oh, komm her, hier nochmal. Klopft, klopft, von hinten. Ey, da wollen wir den Knuddel. Dann kriegt er auch was mit Knuddel. Ach, ich muss mal mit dem Ziel reinfahren. Ich brauche das auch, genau. Okay, hab ich verlangsam. Okay, den müssen wir nicht mehr aufhalten. Boah, dann war's wohl mit dem. Ein Trauberzäckchen. Okay, wo geht's hier, ne? Das da irgendwie rein gehen, ne? Das sieht so ein bisschen aus. Aber das ist so irgendwie, weiß ich nicht, ein paar Augen offen oder genau. Alter, wo geht's hier hin? Wo geht's hier hin? Ach, jetzt doch nicht hier umsinnen. Na, da geht's noch weiter. Naturin. Oh, da sind die. Ah, got the key. Ah, got the key. Ah, got the key. Ah, ne, das muss anders, ne? I got the key. Alter, wo fliegen die denn hin, Jo? Ah! Oh, 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 oh. Das ist aber ein bisschen groß, du. Hallo? Habt ihr den fett Flatterer gesehen? Da. Da, darüber hoch ist. Da flattert er hoch. Guck dir das Vieh an, Alla! Jaja, du mich auch. Ich bin ja mal weg, ne? Ich bin ja mal weg! Alter, ich glaub, es hackt. Ey, ich glaub, es hackt. Das könnte einer der Drachen sein, ich weiß gar nicht. Aber den man ganz zu Anfang so in der kleinen Vorschau gesehen hat, wo ich so denke jetzt, äh, will man dagegen jetzt wirklich schon antreten, wäre das die sinnigste Idee. Ich erhöhe erstmal meine Maggi. Maggi, immer eine gute Suppe. So, und dann schauen wir mal hier, ähm, na da kann ich, nee, ich muss hier zickzack fahren, ne? Er wird die körperliche Verteidigung dauerhaft umführen. Okay. Das ist gegen Maggi. Aber körperlich, also, dann kann man ihn körperlich nicht mehr so viel antun, ne? Ja gut, ist auch ein bisschen tanky-mäßig. Ich weiß gar nicht, ob man hier, warte mal, Gruppe? Ne, man kann ihn nur ankegen, ne? Ja, man kann jetzt nicht hingehen, und, ähm, oh Gott. Gute, der Sandstärke noch mindestens zu 26, unsere Verteidigung. Ja gut, der ist auch ein paar Level über hier, aber trotzdem. Die Trin-Treffer-3. Oh, guck mal, sie, sie kritet mehr als eher. Hm. Es liegt wahrscheinlich auch daran, dass sie 3, ähm, Stufenanterschied haben. Äh, warte mal, ich guck mal nach denen, die... Sie hat momentan nur den Diamanten hier drüben. So, jetzt haben wir ungeschliffene Diamanten und noch das Ding hier drüben. Geschliffene Smaragd und einen ungeschliffene Diamanten. Geschliffene Smaragd rumfliegen. So, ich weiß gar nicht, ob man jetzt nachher drei Diamanten zusammen klatschen kann. Das wär mal geil, das wär awesome. Das Spiel wird bestimmt noch einiges an Inhalt bieten. Da geh ich stark von aus. Erdwiderstand. Okay, und was macht? Ah, mehr EP. Brauch ich mehr EP? Ich glaube... Ich glaube, ich brauch mehr Arums oder so. Äh, bestand die Vorbereitung, drei Prozent. Ich glaub, das ist besser. Aber warte mal, da war das nicht so ein bisschen schon? Äh, Moment. Kann ich da zwei reintun? Nee, warte mal gar nicht. Das ist ungeschliffene Diamant. Ah, nee. Moment, Moment, Moment. Das war falsch. Erhöht das Tempo um eins. So. Tempo um zwei. Was bringt uns Tempo? Vielleicht eine geputzete Nase. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Na, komm mal. Blitzschaden ist auch nicht schlecht. Ich glaube, da muss man wirklich rausgehen, um die zu wechseln. Ah, ja, ja, der hat Läden. Vorher wieder schon, wie die weißen wird. Okay, das ist aber schon geil gemacht, muss ich echt sagen. Gut, wir haben 1, 2, ich weiß nicht, kann man hier irgendwie speichern? Warte mal ein bisschen. Was ist das? Ich speichere, ich speichere problematisch. Oder ist das Autospeichern? Ich glaube ja. Kommen wir noch mit dem Kanal. Diese Ding hier und die Foto. FIFO! Kann man denn irgendwas machen? Wo sind wir denn FIFO? Okay, let's go to the Dragon! Was machen wir? Wie geht's denn so? Warte, wo bist du denn? Groß! Vielleicht will ich trotzdem... Ich hab dich. Okay, das ist einfach nur ein größerer da vor. Ich glaube, ich weiß es nicht, ich hab keine Ahnung. Aber das sieht ganz schön mächtig aus. So, warte mal hin. Ich will den Ring auf den Rücken. Oh, das ist ein verdammt verdammt. Ich hab dich auch nicht 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 verdammt. nicht mehr aufreiten. Ja, ist der zu kommt, die Fahne. Okay. 53. Unterbrochen. Wunderbar. Ja, hol uns an, Hund. Das ist super. Das ging super stark. Was macht der? Oh, der hat Level erhöht. Ne, 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 unser Gegner. Der Gegner, ach so, er hat sich wieder erhöht. Ja, erhöht ich. Alles wird gut, erhöht ich. Ja gut, gegen den sind wir erstmal sicher. Auch sehr beiß. Also, ich glaube, das wird ein kleiner epischer Kampf. Ja gut. Oh, das ist so ein bisschen. oder den hund schnöder macht also langsam müssen auch mal ein bisschen